Musik 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 So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old To Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Tag. Na, wie geht's uns denn? Ja, es geht uns. Es geht uns, es geht uns. Ein freundliches Hallo an all unsere HörerInnen und wir hoffen, dass es euch die nächsten anderthalb Stunden auch geht. Witzigkeit, es gibt keine Grenzen. Ich sag es nur, Übrigkeit, es gibt kein Pardon. Die Serie, die Fortsetzung von Club Las Piranhas, die liegt ja jetzt glaube ich schon zwei Jahre auf Halde, also da muss ja etwas richtig schief gegangen sein. Weil zu drehen begonnen haben sie ja auf jeden Fall. Ja, die ist schon fertig. Die ist fertig. Ja, die ist fertig und wird nicht gezeigt. Oh. Oh. Hm. Scheint wohl doch nicht so lustig gewesen zu sein mit Judy Winter mit künstlicher Hälfte und künstlichen Zehen. Ich hätte das gern gesehen. Ja. Naja, es wird irgendwie gut sein. Vielleicht ist es ja so politisch unkorrekt, dass sie sich nicht trauen. Ja, das glaube ich. Das hätten sie beim Schreiben schon festgestellt, glaube ich. Oder? Aber dafür sind wir jetzt wieder politisch unkorrekt. Du. Wir halten die Fahne hoch. Was denn für eine Fahne? Tatjana, auch verlorene Posten. Die Regenbogenfahne. Große Kunst. Ja. Meine Lieben, was machen wir denn heute? Ach, so schweres Thema. Ja. Naja, also schon. Aber es ist ja auch Alltag insofern. Ja. Wir reden über Homo- und Transphobie. Ja gut. Kriere-Feindlichkeit. Ich will es gar nicht Phobie nennen, weil Phobie impliziert ja eine Angst und die ist es ja nun nicht. Nee. Genau. Oder wie Morgan Freeman sagt, you're not afraid, you're just an asshole. You're an asshole. Genau. Ob er das wirklich gesagt hat, weiß ich übrigens nicht. Er steht zu dem Zitat. Würde ich auch. Ist ein gutes Zitat. Oder wie Wikile Andros nach einem Interview mit mir, als ich gesagt habe, ist ihr Lampenfieber das Opfer? Und die Musen hat sie gesagt, das habe ich gerne gesagt, schreiben Sie das. Das ist wie dieses Meryl Streep-Meme, kennt ihr das? Wo sie in der New Yorker U-Bahn als junge Frau zu sehen ist, so abgefotografiert, sieht ganz toll aus. Unter dem ist dann diese lange, elaborate Geschichte, die ja stimmt, dass ein italienischer Regisseur sie gecastet hat und dann auf Italienisch gesagt hat, sie sei zu hässlich dafür. Dino Di Laurenti. Ja. Der Alte. Und sie hat dann ihm geantwortet, dass ihr das quasi leidtut. Und dann steht unten drunter, heute habe ich 21 Oscars. Und man denkt so, she didn't say that because it's not true. Und ich musste mich auf Facebook wirklich streiten damals deswegen. Also da konnte man den immer so schön Wikipedia-Links unten drunter schicken. Genau, das war das Casting für King Kong, was dann ein phänomenaler Start zur Karriere von Jessica Lange war. Also, da sind wir doppelt dankbar. Ja. Ja. War für was gut, beide haben es geschafft. Genau, es geht um Queerfeindlichkeit und wir haben uns drei Storys rausgesucht. In meinem Fall ist es eine echte Geschichte, die mit einer Doku erzählt, durch eine Doku erzählt wird und dann auch anders verfilmt wurde. Wie ist es bei euch? In meinem Fall basiert es auf einer echten Geschichte, die aber filmisch umgesetzt worden ist. Ja, aber bevor wir da reinsteigen, was gibt es denn, um das ein bisschen positiv zu starten, an Filmszenen oder an Buchszenen, was euch jetzt einfällt, wo der vermeintlich schwache, die vermeintlich schwache homosexuelle Person sich erfolgreich gewehrt hat gegen Transphobie oder Homophobie? Ich habe immer ein Zitat im Kopf, ich weiß aber nicht mehr, aus welchem Film das ist, vielleicht könnt ihr unsere Werte Zuhörerschaft uns da helfen. Irgendein, ich glaube, braunhaariger, queerer Mann kriegt von irgendeinem Arschloch auf die Fresse und als er dann am Boden liegt, sagt der andere irgendwie, hey, schau dich an, du Schwuchtel, irgendwie ich büsch dir über die, ich hab die Macht, und was hast du? Und dann sagt er, wir haben Augenbrauen, Sarkasmus und Ironie und dann kriegt er noch eine in die Fresse, aber ich komme nicht mehr drauf, aus welchem Film das ist. Ist das nicht der, ich bilde mir an, das ist der Anfang der Homophobie-Folge bei Six Feet Under. Das glaube ich. I don't know. I don't know. I don't know. Angehörigen mittlerweile, also in der Jetztzeit, ein Angehörigen einer, kann man fast schon sagen, Aussteigerkommune, Yogakommune, die wollen alle sehr, sehr friedfertig leben. Und es gibt ein Flashback, er ist homosexuell zu seiner Zeit in San Francisco, wo ihm so ein richtiges Alphatier-Arschloch auflauert mit seinem Truck in einer Seitengasse und ihm auf die Fresse hauen will. Und er, der schwule Mann, bittet ihn dreimal, sagt dreimal, ich will wirklich, bitte lass das und bitte tu mir nichts und so. Und man denkt, er tut das, weil er Opfer ist und weil er nicht zum Opfer werden will. In Wirklichkeit aber ist er ein hart, kein Massenmörder, aber ein hart ausgebildeter, ich glaube, Army-irgendwas-Typ und bittet also den Typen, ihm nichts zu tun, weil er sich dann nämlich wehren muss und das tut er dann. Bleibt nicht mehr viel von über. Oh, das ist eine schöne, das ist schön. Eine sehr schöne Szene, eine sehr blutige, harte, böse Szene, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe nur den Klassiker aus Priscilla, wo Bernadette den Outback-Jungs ordentlich das Knie in die Eier rammt, um ihre Freundin zu retten, mit den Worten, now you're fucked. Ihre droffe Freundin, also jeder Freitag in Manin, come to mind. Und das haben sie bei Tu Wang Fu auch ganz gut gemacht, da hat Patrick Swayze ja die Rolle übernommen sozusagen und hilft der gebeutelten Hausfrau, die von ihrem Mann verhauen wird und geht da ja auch dazwischen und alle kriegen Angst. Und Patrick Swayze in der Frauenrolle, ich weiß nicht, wie sie da hieß, haut dem Misshandler ordentlich die Fresse blau. Das ist auch ganz schön. So was finden wir immer toll. Ja. So was finden wir immer toll. Das sind immer so Beispiele, die man selber, ich meine, ich hatte ja noch nie so einen Angriff, aber wenn, dann träumt man sich in der U-Bahn immer zurecht, dass man so auch reagieren würde. Ja. Mein Liebling zu dem Thema ist immer Lafayette. Lafayette ist der schwule Schnellkoch aus True Blood. Und da gibt es eine wunderschöne Szene, wo einer dieser Hicks in dieser Bar fragt, ob sein Hamburger Eats hat, weil er von einem Schwulen zubereitet worden ist. Und dann kommt Lafayette kurz mal an den Tisch und macht sehr, sehr, sehr kurzen Prozessen mit dieser Person und drückt ihr zum Schluss mit einer Graziden-Geste noch ihren Teller ins Gesicht und beendet die Szene mit Don't forget to tip your waitress, bitches. Ja, das ist eine tolle Szene. Wie, aus welcher Sendung? True Blood. Okay. Vampir-Serie, nix für dich. Ja, nee. Ich glaube, es ist auch, es ist in der ersten Staffel und ich glaube, es ist sogar Folge 3 oder irgendwie sowas. Es kommt relativ flott, um zu zeigen, dass diese Figur zwar extrem sissy ist, aber auch. She's not to be fucked with. Don't fuck with me, baby. Übrigens, apropos Slasher und so weiter Filme, ich habe schon erzählt eben, Kokain-Bär. Oh, Kokain-Bär, we love it. Der Bär ist super, super, obwohl da dauernd abgebissene Beine, Finger und andere Gliedmaßen durch die Gegend fallen und die Leute blutüberströmt umgebracht werden von dem kokainsüchtigen Bären. Aber der ist so lustig, der Film, man lacht sich kaputt. Aber der Bär an sich ist auch lustig, obwohl er extrem bedrohlich ist. Der ist so niedlich, der lacht immer, wenn er das Koks schnüffelt und so. Also wer nicht weiß, was Kokain-Bär ist, Kokain-Bär ist eine amerikanische Horror-Komödie, sage ich mal freundlich, von Elizabeth Banks und mit fantastischen Schauspielern Kerry Russell, Margot Martindale. Und das Thema ist kolumbianischer Drogentransport misslingt, das Kokain fällt aus dem Flugzeug. In einen Nationalpark. In einen Nationalpark. Und ein Bär isst irgendwie ein Kilo Kokain und wird süchtig. Und dann passieren sehr viele lustige Dinge. Ja, viele Leute kommen, um das Koks sich zu schnappen und der Bär ist immer schon zur Stelle und macht sie kalt. Das ist sehr lustig. Weil er abhängig aus dem Beschaffungswagen hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, total, total. Das finde ich gut. Ich glaube, dass der alles macht, um uns Koks zu kommen. Du lachst dich unterdurch. Das ist wirklich witzig. Und alle werden gefressen. Und dann bist du auf das Kind. Egal. So, no spoilers. Gut, so, dann fange ich mal an mit meinem epochalen Zeitgeschichte. Warte mal, ich will mal noch wissen, du hast gerade das schon mal angesprochen, nochmal, dass du U-Bahn fährst. Du fährst immer U-Bahn in Drag, ne? Ja. Taxis und so machst du nicht. Wie ist das denn? Ich habe ja eine Busfahrkarte. Wie ist denn das mit der Queerphobie im Bus heutzutage in Berlin? Also gestern Nacht, sagen wir mal so. Mit der Queerfeindlichkeit, Entschuldigung. Also was, ich bin noch nicht angegriffen worden. So, das kommt aber auch, weil ich bin ein mittelalterlicher, große, nicht schwächlich aussehende Dragqueen in der Bahn, sage ich jetzt mal. Das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie ein besäuselter Twink wäre. So, ne? Also die sehen schon, da sitzt was Großes. Ich glaube, das ist schon mal das eine. Deswegen passiert nicht so direkt was. Aber was natürlich passiert, und das ist gestern passiert, meinetwegen, dass gegenüber ein Pärchensitz und der Mann plötzlich anfängt loszukreischen und zu kichern und Sprüche leise zu ihr macht und sie aufmerksam wird und sie dann auch denkt, sie muss sich entschuldigen und sagt ganz laut, sei doch mal respektvoll, Alter, und so. Also dann merkt man, es wird schlecht über einen geredet, sowas passiert. Aber wenigstens sagt die Frau dann sowas. Ja, ja, um das irgendwie zu retten, aber eben die Frau, nicht der Mann. Und dann, ja, dann sieht man aber eben auch viele positive Sachen, natürlich irgendwie Mütter mit Kindern, die, guck mal da, die Tante, die glitzert so schön, das magst du und sowas. Und gestern Nacht, als ich dann um zwei mit der Ringbahn fuhr, dann setzte ich mich zu einem, wo ich schon dachte, naja, der hat jetzt aber Glück, dass ich mich dazu setze, weil es war irgendwie so nah an der Grenze zum Penner. Und die Bahn stand und stand noch fünf Minuten da am Ostkreuz. Und ich saß wirklich keine zwei Minuten, da steht er auf und geht ins andere Abteil. Ohne ein Wort. Und da habe ich auch gedacht, okay, aber so, ja, genau, ich habe gedacht, ich bin hier der Tolle und er hat gesagt, er ist der Tolle. Und dann hat er ja im Hinterher gerufen, would you look at yourself? Nein, aber das ist ja eine Art von, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Also man muss ja jetzt nicht Dragfeens toll finden und muss nicht die anstarren und bewundern, sondern man kann ja auch dann sagen, okay, nicht mein Ding, gehe ich in einen anderen Waggon. So finde ich das gar nicht schlimm. Das verletzt mich nicht in dem Sinne. Aber so, dass du es bedrohlich empfindest, das hast du gar nicht? Nee. Das ist so absurd für mich, ist alles, was so in der Öffentlichkeit in Dragos ist, für mich fühlt sich so bedrohlich an. Neu. Da hatte ich aber eben noch nie schlechte Erfahrungen. Wenn ich als erstes Mal eine um die Schnauze kriege, werde ich danach wahrscheinlich dreimal überlegen. Aber es ist eben noch nicht passiert. Also seit ich, sagen wir mal, seit ich, andere Leute würden jetzt sagen, übergewichtig bin, fühle ich mich sicherer. Mehrgewichtig. Mehrgewichtig, genau. Schwerwiegend. Fühle ich mich sicherer, weil ich denke immer, wenn Leute mich anmachen, ich sehe halt aus, wie ich setze mich auf dich drauf, bist du auf, wirst du atmen, Alter. Und seitdem geht es besser irgendwie. Ich kann mich aber erinnern, in meinen Zwanzigern, als ich irgendwie der spillerige Twink war, von dem Tatjana eben geredet hat, ich habe mich nie sicher gefühlt in der Öffentlichkeit. Aber ich habe auch ein paar Mausmaul bekommen, weil ich meinen Maul aber auch nicht halten konnte. So, ich habe halt immer an den richtigen, respektive falschen Stellen Dinge gesagt, die man vielleicht nicht sagen sollte, wenn man auf die eigene Sicherheit bedacht ist. Und das tut einem manchmal nicht gut. Ich bin da ja delusional. Im Urlaub weiß ich noch, wie uns einer gefolgt ist, meinem damaligen Freund und mir. Und der Freund immer, oh Gott, der will uns ausrauben, der will uns was Böses. Und ich so, nein, nein, wir sind hier im Süden, der steht auf mich. Ich bin das, der blonde, super, golden boy ist hier. Und die ziehen sie an. Ja, was soll ich sagen, also sobald wir in der stillen Seitengasse kam, kam er von hinten und versuchte uns die Kamera wegzureißen. Und ich so, ups. Der war nervös, der wusste nicht, was er tun soll. Über Sprungshandlung. Ja, du hast ihm so, ich bin da schön halt so geblendet, dass er einfach nicht wusste. Er wollte einfach ein Foto von dir machen. Aber so geht es mir immer. Ich denke dann immer, die sind einfach nur scharf auf mich und deswegen gucken die so komisch. Aber das ist doch auch, das haben wir auch in der letzten Staffel RuPaul's Drag Race schön erklärt bekommen. Drag Delusion is just a real thing. So ist das Teil des Jobs irgendwie, dass man sich einfach das Ding einbilden muss. Ja. Toll. Und so macht es Spaß. So kann man sich dann das schlimme Erlebnis zurecht lügen. Ja, aber ich glaube, du gehst, also bei uns in der Küche, es war ja lange vor Wandtattoos, aber bei uns in der Küche, als ich Kind war, hing immer ein gerahmtes Bild und da steht drauf, der Optimist irrt sich genauso oft wie der Pessimist, aber er hat viel mehr Spaß dabei. So. Und, ne, also ob du jetzt dich vorher schon verrückt machst, wie die Situation ausgehen könnte und dann eventuell sogar, ohne es zu wissen, Signale sendest von irgendwie, ich bin angreifbar, weil ich Angst habe. Ja, das habe ich gar nicht, genau. Kannst du es dir auch so zurecht. Ja. Siehst du, in meiner Lebenszeit. Ja, das ist mein Dragon Superpower. Genau, weil ich bin halt super von mir überzeugt als Dragqueen in dem Moment und das strahlt bestimmt auch raus. Meine Lebenshaltung lässt sich ja eher in dem Satz zusammenfassen, Optimisten haben von positiven Überraschungen, keine Ahnung. Da freut sie sich. Und wir beide so. Habst du das auch nicht so verstanden? Why? Naja, wenn man die ganze Zeit denkt, es passieren sowieso nur schlechte Sachen, kann man sich die ganze Zeit freuen über die guten Sachen, die passieren. Pessimus. Ja, gut. Wir sind nicht klug genug für deine Witz heute. Nein, das ist okay. Ich bin auch noch zu verkatert, Leute. Ich bin hier ein bisschen derangiert. Ja. Aber sie sieht entzückend aus. Sie ist verkatert von alkoholfreiem Sekt gewesen. Ja, ich habe heute aus Versehen einen alkoholfreien Sekt gekauft, gestern meine ich. Und beim Schminken mich ordentlich betrunken und habe Tatsache gedacht, Leute, so gut habe ich den Pinsel-Liedstrich noch nie hingekriegt, das ist befeuert durch den Sekt. Und heute sehe ich, dass es alkoholfreier war. Also Placedo. Auch da Delusion. 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 Alkohol. Alkohol Delusion. Apropos Delusion. Also eine der großen Delusions in der bundesrepublikanischen Filmgeschichte ist die Meinung, dass der Film die Konsequenz von 1977 ein wichtiges zeitgenössisches Dokument ist. Das stimmt nur bedingt. Auf dem Papier stimmt es, weil das war der erste Film, der eine schwule Liebesgeschichte als Liebesgeschichte erzählt hat. Wann war denn das? 1977, habe ich eben gesagt. Geht schon wieder gut los mit euch beiden. Und zwar so erzählt hat, dass sich natürlich der Bayerische Rundfunk sofort aus der Fernsehübertragung rausgezogen hat und Schwarzbild gesendet hat, aber die anderen haben es nicht. Die haben Schwarzbild gesendet? Die haben Schwarzbild gesendet, ja. Ich dachte, sie hätten einen anderen Film. Ach nee, das war bei dem, der Homosexuelle. Ja, das war nicht bei diesem. Also es geht um den Film, die Konsequenz. Regie Wolfgang Petersen, der später mit seinen ganzen Hollywood-Blockbustern groß wurde und das Boot und so, der ganze Kram. Produziert von Bernd Eichinger, ein sehr überzeugter heterosexueller Rumpficker, der aber immerhin diesen Film produziert hat. Das ist ja in der Zeit, war das ja ein Statement. Also insofern ist der Film natürlich dann doch wichtig, weil das war schon ein Statement für die Liebe unter Männern und zu zeigen, wie die böse Umwelt so eine Liebe kaputt machen kann. Darum geht es ja. Hauptrolle Jürgen Brochnow, auch dann später das Boot und Hollywood und der 17-jährige Ernst Hannawald, dessen Karriere dadurch aber auch so einen Knick kriegte, dass der danach nur noch vielleicht beim Traumschiff mal aufgetreten ist oder in der Schwarzwaldklinik. War der nicht Skispringer dann? Nein, der ist anders. Das war der Sven. Genau, dass du das weißt. Er hat seinen Namen geändert und ist wirklich Skispringer geworden und 30 Kilo abgemacht. Ich habe mir um Sven Hannawald immer schwere Sorgen gemacht, weil ich immer gedacht habe, boah, ist der dünn. Ja, der hatte richtig Magersucht, der war richtig essgestört. Naja, und das Buch ist von einem jungen Mann, Alexander Ziegler und das ist eben die Geschichte dahinter ist. Alexander Ziegler war ein 30-Jähriger, der mit Minderjährigen ins Bett ging und deswegen in den Knast wanderte und diese zwei Jahre im Knast dazu benutzt hat, darüber ein Buch zu schreiben. Aber minderjährig bedeutete damals auch alles unter 21. Ja, also der, mit dem er da im Film rummacht, ist 16 und strafrechtlich war es in den 70ern so, dass man, dass man da verurteilt werden konnte wegen Verführung Unmündiger zur wieder natürlichen Unzucht. Das war der Paragraph. Und das passiert dem Martin. Der Martin ist halt ein Schauspieler. Schauspieler sind ja sowieso schon mal, den konnte man also schon mal nur Schauspieler sein lassen als Schwuler, weil das ist ja dann, die Gaukler hängen die Wäsche weg, so nach dem Motto. Dem hat man zugetraut. Und der kommt nun in den Knast und im Knast lernt er kennen, den 16-jährigen Sohn vom Aufseher. Und die haben natürlich beide einen Gay da und merken das. Und der 16-Jährige verknallt sich also in den Knasti. Und kurz bevor der Schauspieler nun entlassen wird aus dem Knast, und jetzt fängt es an, ein bisschen albern zu werden, weil der Film denn doch nicht so gut ist, wie man denkt oder liest, da beschließt also der 16-Jährige, sich einschließen zu lassen für eine gemeinsame Nacht, was er dann auch tut, und sie verleben eine gemeinsame Nacht, was natürlich von dem, der da schon im Knast sitzt, vielleicht nicht so schlau gedacht war, weil es könnte ja sein, dass es vielleicht Konsequenzen hat und Ärger gibt und so weiter. Ja, es war schon mal ziemlich dumm, dass sie das gemacht haben. Sie kommen zwar noch irgendwie, werden nicht erwischt, aber danach, als er denn entlassen wird, der 16-Jährige spart sein Taschengeld, damit sie zusammen leben können und so weiter und so fort, bla bla, lange Rede. Sie ziehen zusammen. Auch dumm, weil der 16-Jährige ist immer noch unter der Vormundschaft seiner Eltern und der Gefängnisaufseher findet das nicht gut und hetzt ihn natürlich sofort die Polizei auf den Hals, die die auch finden, obwohl das im Grenzgebiet Deutschland-Schweiz ist und die, glaube ich, in der Schweiz irgendwie wohnen, aber lange Rede. Der Kleine wird in die Erziehungsanstalt eingewiesen. Und jetzt beginnt so eine Horrorstrecke für den. Auf Drängen seines Vaters. Auf Drängen des Vaters, genau. Der Geliebte, der Ältere, findet erst nicht raus, wo er ist. Und in diesem Erziehungsheim ist halt, da ist klar, der ist da, weil er schwul ist und der wird von allen anderen sofort gemobbt und von dem Obererzieher geschlagen und, und, und. Und das sind wirklich harte Szenen. Und das ist dann wiederum ein bisschen, also so ehrlich, wie die Liebesgeschichte zwischen dem Brochner und dem Ernst Hannerwald da ist und dargestellt wird. Die machen das wirklich gut und die machen es auch realistisch. Also es wird auch gezeigt, dass der Brochner im Knast weiterfegt in der Haftzeit, wo der Kleine draußen wartet und dass der Kleine später auf den Strich geht und so. Also, dass die ideale Liebe, dass es keine idealisierte Liebesgeschichte ist, sondern dass es ein Versuch ist, von zwei Männern zusammenzulieben, ohne dass die Umwelt sie stört, aber dass die ihre ganzen Macken immer noch irgendwie haben. Das ist ganz realistisch, aber die Umwelt ist nur böse. Also alles drumherum ist böse und will nur das Glück vernichten. Und das ist ein bisschen Holzhammer-mäßig gezeigt. Also, wie sie da im Erziehungsheim, dann gibt es da am Wochenende, können die immer abhauen irgendwie zu so einer geistig beeinträchtigten jungen Frau, die in irgendeiner Scheune wartet und wo die ganzen Jungs aus dem Erziehungsheim die Gruppen vergewaltigen. Und die dabei nur debil in ihre dicke Hornbrille lacht, weil sie das gar nicht so mitkriegt. Ja, und so eine Szenen werden da gezeigt. Und dann ziehen sie den jungen Schwulen aus, die anderen Heimjungs, und zwingen den, mit ihr zu schlafen und so. Und das sind echt krasse Szenen. Also das ist schon, boah. Am Ende ist es so, dass der Prochnusin unter falschen Namen als Erzieher sich einstellen lässt. Dann geht das natürlich auch alles total schief. Also er will seinem Freund zur Fluchthilfen und das klappt alles nicht. Lange Rede. Der Junge wird fünf weitere Jahre in der Erziehungsanstalt bleiben. In der Zeit lebt der Prochnus draußen sein Leben. Dann versuchen sie noch mit irgendeinem einflussreichen Politiker irgendwie den rauszukriegen. Das geht auch nur so lange, wie der Politiker denn verlangt, dass der Junge mit ihm schläft. Also nur so. Und am Ende landet der auf den Strich, auf jeden Fall der Junge, als er rauskommt und ist total kaputt. Und als sie sich dann wiedersehen, nach ein paar Jahren wieder rum, unterbrochen und sagt, so jetzt haben wir doch alles geschafft, jetzt können wir doch neu starten. Da ist der andere Junge, der inzwischen Mitte 20 ist, so kaputt, dass der sagt, ich hab dich nie geliebt, ich hab dich doch nur ausgenutzt und was denkst du denn und so. Also der kann nicht mehr. Und das ist insofern ein krasser, ja, der geht unter die Haut in dem Sinne. Wenn man diese holzschnittartige Zeit, die nur 50 Jahre her ist, wenn man das ein bisschen alles abstreicht, dann ist es trotzdem immer noch ein ganz guter Film, den man gucken kann, weil er auch gerade bei Arte frei in der Mediathek umherschwert. Also es ist nicht schwer, den zu kriegen. Es zeigt natürlich das Klima, was bis heute in vielen Köpfen noch rumspukt, dass Schwule feminin sind, dass Schwule unnatürliche Sachen machen, dass Schwule nicht in die Gesellschaft gehören. Das hat ja auch noch ein Denken. Tendenziell pädophil. Ja, tendenziell pädophil. All das, die negativen Klischees werden dann natürlich noch dreimal rumgerührt. Und als Versuch, die reine Liebesgeschichte dagegen zu setzen, um dem Fernsehzuschauer nun zu sagen, guck mal, es sind doch eigentlich Männer wie du und ich, die können doch auch ganz normal zusammenleben. Warum sollte uns das stören? Ist das natürlich nett gemeint, 1977 sogar eine große, mutige Geschichte, höchstwahrscheinlich sogar gewesen. Das können wir gar nicht mehr so beurteilen. Aber ob es jetzt groß was gebracht hat, ich glaube, da war eher der Aktionismus der Schwulen der Motor, der die heutige Entspannung des Klimas genutzt hat als solche Filme. Also so. Es kam eher von den Schwulen der Kampf. Der Schwulen hat eher was gebracht als das Entgegenkommen der Heteros. Ja. Das würde ich so sagen. Ich finde, was der Film ganz hübsch zeigt, natürlich immer mit dem Blickwinkel der damaligen Zeit, ist, dass Homophobie ein Problem von Heterosexuellen ist. Weil Homosexualität gibt es ja eigentlich nicht. Homosexualität ist eine Erfindung heterosexueller Geister. Und Homosexualität wurde am Ende des 19. Jahrhunderts in der britischen Gesetzgebung als Straftatbestand etabliert. Und seitdem gab es Homosexuelle. Vorher gab es nur Leute, die sexuelle Perversion begingen. Also Oscar Wilde ist ja nicht als Homosexueller verurteilt worden, sondern wegen bestimmter sexueller Praktiken. Und ich finde, sich den daraufhin anzugucken, nämlich zu sagen, wie hätte das sein können, wenn die Umgebung mit diesen Männern anders umgegangen wäre, das hat, glaube ich, in der damaligen Zeit auch schon funktioniert. Ganz davon abgesehen, dass Prochnow ja, der war damals schon ein Star. Und irgendwie diese drei heterosexuellen Männer, Prochnow, Eichinger und Petersen, sagen, wir nehmen uns dieses Themas jetzt mal an. Ich bin immer dagegen, irgendwie dankbar dafür zu sein, dass sich Heterosexuelle mit Homosexualität beschäftigen. Und finde auch das Wort mutig in diesem Zusammenhang immer so ein bisschen anstrengend. Aber sie hätten das nicht tun müssen. Sondern die hätten auch ganz andere Sachen machen müssen. Und so insgesamt, es gab natürlich in den 70er Jahren in Deutschland so eine Art auch oft sehr angestrengtes politisch engagiertes Autorenkino und dazu gehört die Konsequenz auch. Ja, und der Zeitgeist war auch so, dass man sowas wagen konnte. Aber am Ende des Tages ist Eichinger natürlich ein Geldmann gewesen, der aufs Geld geguckt hat. Und da war das schon ein Risiko, es wahrscheinlich so einen Film rauszubringen. Also da muss schon der Wille zur gesellschaftlichen Veränderung muss dahinter gesteckt haben. Eine wirtschaftliche Entscheidung war es nicht. Wenn du sagst, Homosexualität gibt es eigentlich nicht, das ist eine Erfindung der Heterosexuellen. Er meint jetzt die Gesetzgebung, dass es sozusagen ein Straftatbestand wurde. Ich habe das ja in anderen... Ist der Begriff erfunden worden? Ich habe das ja in anderen... Naja, es ist ja nicht nur der Begriff erfunden worden, sondern irgendwie mit der Festlegung dessen, was kriminell ist, wurde definiert, was Homosexualität ist. Aber dann meinst du, das gab es bis dato nicht, sondern die Liebe unter Männer gab es ja natürlich. Natürlich gab es immer Männer, die Sex mit Männern haben und immer Männer, die einander geliebt haben. Aber die gesellschaftliche Definition von Homosexualität, nämlich homosexuell zu sein, bedeutet Schwänze zu lutschen und sich in den Arsch zu ficken. Und das ist kriminell und das ist das Einzige, was das bedeutet. Das haben Heterosexuelle festgelegt. Das haben wir uns ja nicht selber ausgedacht. Nee, das ist richtig. Der Film hat übrigens dann noch einen Grimme-Preis gekriegt, 78, und kam 2008 auf DVD mit tausend extra DVDs und Booklets und zeitgenössisch und blau und wichtig und Lexikon und alles Mögliche. Also wer da richtig einsteigen will, kauft sich die DVD. Wer nicht einsteigen will, sondern nur mal gucken will, wie das so war vor 50 Jahren, dann Arte. Arte. Entweder Arte oder bei Amazon Prime gibt es inzwischen einen Kanal, der fast nur mit Salzgeberfilmen bestückt ist, der heißt Queeres Kino. Und da ist die Konsequenz auch drin und das kann man empfehlen. Der ist für weniger Euro im Monat zu abonnieren und dann kriegt man wirklich hunderte von wirklich guten Griechenfilmen. Ja, das ist sowieso gut. Bin ich auch. Bin ich auch Abonnentin. Yes. Yes. So. Schön. Ja. Naja, schön. Die Folge, ey. Ja. Schön ist. Naja, die Frage ist ja, warum reden wir heute darüber? Hat sich da irgendwas geändert? Hat sich da was getan? Naja, haben wir in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder besprochen, dass natürlich in den letzten paar Jahren massiv auf Anschieben einer kleinen, radikal-christlich-konservativen Minderheit in den USA, die weltweit vernetzt sind. Und Deutschland. Ja, ja, die sind weltweit vernetzt. Gesetze erlassen werden, über den ganzen Globus verteilt, die uns targeten, uns als widernatürliche Menschen wieder gerne kriminalisieren wollen und die auch mit Medienkonzern besitzenden Menschen irgendwie zusammenarbeiten, die da natürlich auch das dementsprechend verbreiten. Und so ändert sich natürlich das Klima zusehends uns gegenüber und wir werden wieder als Kinderschänder dargestellt und als böse Groomer und als Menschen, vor denen man Kinder beschützen muss und so. Ja, natürlich hat sich das Klima verändert. Naja, um die aktuellen Ereignisse vielleicht noch mal so ein bisschen einzuordnen. Also die Drag-Gesetzgebung, die gerade in den USA, in Florida erlassen worden ist und in manchen... Tennessee. Und in Tennessee und in vielen anderen Bundesstaaten in Vorbereitung ist, bedeutet, dass wir uns auf derselben gesetzlichen Basis bewegen wie vor Stonewall. Nämlich Leute dürfen nicht mehr die Kleidung eines anderen, das ihnen bei ihrer Geburt zugeschriebenen Geschlechts anziehen, ohne dass sie damit in der Öffentlichkeit Gefahr laufen, verhaftet zu werden. Und das war der Grund, warum die Drag-Queens in der Stonewall-Bar seinerzeit angefangen haben, sich mit den Polizisten zu prügeln. Und das war irgendwie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da sind wir jetzt wieder. Und das finde ich dann doch irgendwie beunruhigend. Ja, da muss man auch RuPaul wirklich bravo rufen, wie der das instrumentalisiert, seine Medienpräsenz und aufruft und zu Spenden aufruft und den ganzen Geist seiner freiheitsliebenden Persönlichkeit da reingibt in die Sendung, um die ganzen Kinder zu erreichen. Ja. Das ist schon gut. Das war ja auch absurd bei der letzten Staffel. Ich glaube Staffel 15, genau, ist ja nun schon auch ein paar Wochen her, das Finale. Aber in den, ich glaube, das war die dritte Folge vor dem Finale, haben sie ja auch das Rousical wieder gemacht. Und passte die Arsch auf einmal. Das ist über ein Jahr vorher gedreht worden. Und da ging es genau um diese Gesetzgebung. Und da haben sie vieles vorweggenommen, was dann tatsächlich Realität geworden war ein Jahr später. Also das war schon spooky to see, aber eben auch toll, dass auch durch diesen Kanal, diese Show, die Entertainment im Sinn hat, eben doch auch wieder Education-Metrie mit bei Leuten, die das vielleicht sonst gar nicht mitbekommen würden. Ja, genau. Das meinte ich. Genau. Das ist ja das, was ich immer so erstaunlich finde, dass das, was an homophober und transphober Gesetzgebung existiert, überall, dass das den meisten Heterosexuellen überhaupt nicht bewusst ist. Das ist mir jetzt bei der Abschaffung des Blutspendeverbots für schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben, ist es ja wieder so bewusst geworden, weil da ganz viele Leute wieder in den sozialen Medien geschrieben haben, wie schwule und bisexuelle Männer dürfen nicht Blut spenden. Was ist denn das für ein Scheiß? Wo ich dann sagte, ey Leute, das ist die Gesetzeslage der letzten 40 Jahre. Aber wenn du nicht betroffen bist, warum solltest du dich darum kümmern? Naja, ich bin auch von vielem nicht betroffen und weiß trotzdem, warum. Ja, aber das ist ja die Frage. Also die Frage finde ich immer ein bisschen naiv. Weil irgendwie, ich bin von Rassismus auch nicht betroffen und engagiere mich trotzdem. Ja, aber guck mal, da sind wir auch eine kleine Bubble. Wir sind ja nun auch wirklich vielleicht viel informierter als die Mehrheit. Du, also ich war ja in einer Doku auch schon von ein kleinem bisschen, die jetzt auf Arte ausgestrahlt worden ist vor einer Weile, wo sie auch, also Hass gegen Queer heißt die, und da habe ich zwei, drei Interviews, Snippets gehabt und habe dann auch sehr viel Social Media Feedback bekommen, unter anderem von Leuten, die mir aufrichtig, und das fand ich auch toll, aber aufrichtig geschrieben haben, ich wusste gar nicht, dass euch Gewalt geschieht, weil ihr anders seid, das war mir nicht klar. Das habe ich jetzt durch die Doku, habe ich das erfahren und muss dir ganz ehrlich sagen, also in meiner Welt findet das nicht statt, aber ich wusste auch nicht, dass das stattfindet und das finde ich ganz schlimm, wo man dann einerseits, freut man sich natürlich, dass man so ein Feedback bekommt, andererseits sitze ich da und denke mir, wie kannst du das nicht wissen? Wie kann ein erwachsener Mensch nicht wissen, dass queere Menschen Gewalt erfahren, ausgegrenzt werden? Und ich rede jetzt ja nicht mal von den großen, schlimmen Fällen, aber wie kannst du in deinem Umfeld nicht wahrnehmen, wenn abfällig über queere Menschen gesprochen wird? Das finde ich dann schon verstörend, dass Leute das einfach nicht auf dem Zettel haben oder behaupten, sie haben es nicht auf dem Zettel. Haben sie wirklich nicht auf dem Zettel. Ich habe Kollegen, die das überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Ist so. Jeder lebt in seiner kleinen Welt. Also ich glaube nicht, dass man so dieses über den Tellerrand gucken, dass das viele machen. Also jetzt prozentual gesehen auf 100. So, ich mache mal mit einem Film weiter, der … Mach das mit dem Mikro am Mund, bitte. Danke. Also näher, ich kann das Mikro in den Mund nehmen. Nee, mach es mal. Das hat Nina Hagen bei Konzerten immer geschafft. Das ist sehr beeindruckt. Ich habe dadurch mein Mikro auf Mikro und das Mikrofon geschrottet, weil ich es mir im Mund gestopft habe und dann ganz tief so, wow, 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 gemacht habe. Und dann guckt der Soundtyp an mir und sagt, ja, es ist vorbei, jetzt ist tot. Das war das Konzert. Ja, schade. Ja, das hat ja Jinx auch in einer Folge gemacht irgendwie. Minx, meinst du? Ja, wie auch immer sie heißt. Mit Inx. Mit Inx, Frau Inx. Also, der Film, über den ich heute rede, ist harter Tobak. Aber ist das aktuellste und vielleicht erschütterndste zum Thema Homophobie, was ich kenne. Der heißt Animals wie die Tiere und basiert auf einem wahren Fall. Das ist ein niederländischer Film von 2021 und basiert auf dem ersten nach Hassverbrechengesetzgebung behandelten Fall in der niederländischen Justizgeschichte 2002. 2002 wurde in Lüttich ein junger Mann, beziehungsweise der Körper eines jungen Mannes von zwei Spaziergängern auf einem Feld gefunden. Dieser Körper hatte hunderte Spuren von Gewalteinwirkung und war offensichtlich, dieser junge Mann war an den Misshandlungen, die er erfahren hatte, offensichtlich gestorben. Und der Körper lag da schon zehn Tage. Der junge Mann war verschwunden und es gab eine Suche nach ihm, aber er wurde dann nur zufällig gefunden. Es stellte sich heraus, dass der von vier weißen Männern, jungen Männern, eine Nacht lang gefoltert, vergewaltigt, gequält und dann ermordet worden ist. Und drei dieser Männer sind zu lebenslange Haft verurteilt worden und einer dieser Männer sitzt für 30 Jahre im Gefängnis. Und auf diesem Fall basierend hat Nabil Ben Yadir, der Regisseur und Drehbuchautor von Animals, seinen Film entworfen. Die Hauptfigur in diesem Film heißt Brahim und wir beginnen mit Brahim. Der Film ist in drei sehr sauber voneinander, sauber in Anführungsstrichen getrennte Akte geteilt. Der erste ist eine Familienfeier, die Geburtstagsfeier seiner Mutter, zu der Brahim seinen Freund Thomas eingeladen hat. Die beiden sind seit fünf Jahren zusammen. Brahim ist 30 und 32. Und Thomas ist sein Freund, der ist ein bisschen älter. Und Brahim möchte jetzt endlich seinen Partner seiner Familie vorstellen. Die möchte das nicht, weil sie mit der Homosexualität von Brahim nicht einverstanden sind. Das ist eine tiefreligiöse muslimische Familie und Thomas erscheint auch auf der Familienfeier gar nicht, sondern wir kriegen andere Familieninteraktionen mit. Also die einzigen beiden, die Bescheid wissen darüber, dass die beiden zusammen sind und dass Brahim schwur ist, sind sein Bruder und dessen Frau, die ihm aber die Leviten lesen und sagen, wie kannst du nur und Mama hat Geburtstag und du kannst auch mit deinem Dreck jetzt hier nicht ankommen und wie furchtbar und jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen und wir kriegen das schon hin und so. Aus dieser zutiefst homophoben Situation begibt sich Brahim mit einem traurigen letzten Abschiedsblick auf das Haus seiner Familie in die schwule Szene auf die Suche nach seinem Freund und begegnet dort vor einer schwulen Bar diesen vier Jungs, die ihn, hat schon ein bisschen was getrunken, die laden ihn in ihr Auto und fahren dann mit ihm zu einem abgelegenen Ort, einem Feld, wo sie beginnen, ihn erst verbal und dann körperlich im wahrsten Sinne des Wortes zu zerlegen. Und der mittlere zweite Akt des Films ist, ich sag jetzt mal freundlich nichts für schwache Nerven, aber das trifft es nicht so ganz, weil Nabil Ben Yadir sich dafür entschieden hat, das so zu inszenieren, wie das damals wohl auch gewesen ist. Der Film arbeitet mit hauptsächlich reportagigen, filmischen Mitteln, das heißt es sieht so aus, du kriegst viel davon, diese Bilder sind alle so, als hätten die Täter, wie das damals auch war, ihre Taten mit dem Handy mitgedreht und du kriegst diese Bilder zu sehen. Es ist von einer, also da sind so 15 bis 20 Minuten drin, die von einer bestialischen Brutalität sind und viele Kritikerinnen des Films haben gesagt, das ist nicht notwendig, das so zu zeigen, das muss man, das ist traumatisiert, Leute. Ich stehe dem Ganzen gegenüber und sage, es ist genau notwendig, das so zu zeigen, ja, es kann Leute traumatisieren und ja, das ist brutal, aber das ist erstens wirklich passiert und zweitens passiert das ja in Brutalität immer mal wieder. Brahim ist dann tot und der dritte Teil des Films, auch dafür hat er sich viel Kritik eingefangen, begleitet einen der Täter auf eine weitere Familienfeier. Also der geht mit blutigen Händen nach Hause und ist sehr aufgeregt, zieht sich dann einen Anzug an und geht auf die Geburtstagsfeier seines Vaters, wo wir lernen, wie dieser Mann und vielleicht auch die anderen drei Männer in die Bestien verwandelt worden sind, die die Tat, die wir gerade im zweiten Akt beobachtet haben, überhaupt vollbringen konnten. und lernen, dass der in einer Umgebung von unfassbarer toxischer Männlichkeit groß geworden ist, wo Männer darüber definiert werden und heterosexuelle Männer darüber definiert werden, wie brutal, geistlos und aggressiv sie mit anderen Menschen umgehen. Und trotzdem, der Film ist eine große, wichtige, wie ich finde, Geschichte darüber, was Männlichkeit am Anfang, oder wir sind ja jetzt gar nicht mehr so sehr am Anfang des 21. Jahrhunderts in bestimmten Kreisen bedeutet, wie Männlichkeit definiert wird und was das mit Männern, äh, jedweder sexuellen Orientierung macht. Ähm, der Film ist viel dafür kritisiert worden, dass er das, dass der dritte Akt aus der Täterperspektive erzählt wird sozusagen, ähm, und dass da eine Form von Repräsentation und vielleicht Erklärungsversuch stattfindet, die man vielleicht nicht hören will. Ich finde, es ist genau, äh, richtig und genau wichtig, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil das ist das, was, also es ist nicht wichtig, weil mich das interessiert, aber das ist was, was mich interessiert. Warum tun Leute sowas? Weil wenn wir nicht verstehen, warum Leute sowas tun, können wir das nicht verhindern. Äh, ohne die Gründe und die Entwicklungen und die psychischen Muster hinter Homophobie und Transphobie zu kennen, äh, kann man natürlich immer sagen, ey, Alter, das kann dir doch eigentlich alles scheißegal sein, aber die interessantere Frage ist ja, warum ist es ihnen nicht egal? Ähm, warum reagieren bestimmte heterosexuelle Männer auf, äh, gendernonkonforme Wesen in ihrer Umgebung, wie Tatjana eben ihre U-Bahn-Geschichte erzählt hat, mit Gekicher? Ja, was verunsichert sie daran? Was, äh, bedeutet es, wenn die in Gruppen unterwegs sind und diese Verunsicherung vielleicht in Wut umschlägt und diese Wut in Aggressionen, äh, warum passiert das? Und, ähm, ich glaube ja, dass die große Diskussion der letzten 50 Jahre in der westlichen Welt, äh, eine Diskussion über Männlichkeit ist, nämlich was genau bedeutet es, ein Mann zu sein? Äh, und wenn ja, was heißt das, würde Herr Precht jetzt sagen? Ähm, und wie können Männer noch sein? Und ich glaube, dass alle politischen Aktionen, die gerade laufen, egal ob sie in Ungarn laufen oder das Widererstarken der Kirchen in Russland und Polen zum Beispiel oder in USA oder in Uganda zum Beispiel, wo wir ja jetzt, äh, Leute, die, die andere Leute nicht anschwärzen, weil sie schwul, lesbisch oder trans sind, für 10 Jahre ins Gefängnis stecken können, ähm, so, was heißt das? Was passiert da an gesellschaftlichen Prozessen, die das möglich machen, dass solche Gesetze erlassen werden? Äh, und warum reagiert die westliche Welt darauf nicht anders? Ähm, und, ähm, und was sind deine Antworten? Naja, meine Antworten sind zum Beispiel, dass man sich, äh, dass man sich, ähm, ich bin da immer so, ich bin dann immer so super Meter und, äh, man kann sich die Erzählungen über den Ukraine-Krieg angucken und über die, über die, so die Erzählungen über Herrn Selenski und dass Herr Selenski es offensichtlich wichtig findet, nicht nur ein, äh, äh, militärischer Führer zu sein und jemand, äh, der den Russen entgegen, erfolgreich entgegentritt, sondern dass er es parallel auch wichtig findet, trotzdem er gerade einen Krieg im eigenen Land hat, zu sagen, dass er die Öffnung der Ehe in seinem Heimatland für ein wichtiges Projekt hält, dass er sich aber jetzt, aber jetzt gerade aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse mit etwas anderem beschäftigen muss, ähm, und ich finde, daran sieht man, dass man zum Beispiel beides tun kann. Ich finde, dass, äh, das, was die Republikanische Partei macht, also, dass Mike Pence sich hinstellt und irgendwelche scheißtransphoben Witze in seine, äh, äh, Reden einbaut und wenn er darauf angesprochen wird, einfach sagt, das war doch nur ein Witz, habt euch mal nicht so jetzt irgendwie so jetzt mal, man wird ja wohl nochmal einen Witz machen dürfen. Ähm, und dieses, man wird ja wohl nochmal, führt dann halt dazu, äh, dass in Ungarn, äh, Transgender Menschen keine Pässe mehr ausgestellt kriegen, die auf ihre, äh, Identität passen und, ähm, so dieses, ähm, mein Anspruch an die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft oder die Cis-Mehrheitsgesellschaft, zu der ich ja auch gehöre, ähm, ist genau der, nämlich irgendwie, wenn wir bei Rassismus sagen, es ist nicht Sache von POC-Menschen oder nicht-weißen Menschen, äh, weißen Menschen ihre Identität zu erklären und ihnen zu erklären, warum sie sie nicht diskriminieren sollten, habe ich den Anspruch für Homo- und Transphobie übrigens auch. Es ist nicht Aufgabe von Homosexuellen oder Transgendern, äh, anderen Leuten zu erklären, warum sie sie nicht diskriminieren sollten irgendwie, und, sondern es ist Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten zu schützen. Ähm, und solange das nicht begriffen wird, und ich glaube, das wird von einem groß, von einem größeren Teil der politischen Kaste selbst in Deutschland nicht begriffen, ähm, also der nächste Berliner Bürgermeister oder der aktuelle Berliner Bürgermeister, äh, konnte ja hier schön offenbar Homo- und Transphoben-Wahlkampf betreiben und sich dann nach der Wahl hinstellen und sagen, so, und jetzt machen wir irgendwie, äh, das nominell progressivste Programm zum Thema LGBTQ+, äh, das die Welt je gesehen hat, und natürlich sollte mir das alle glauben, weil was ich vor dem, was ich vor meinem Wahlsieg gesagt habe, interessiert ja keine Sau mehr. So, und dass dann jemand wie, äh, irgendwie die ehemalige Berliner Bürgermeisterin, die auf jedem CSD in einem Regenbogenkleid, dass ihm, dass ihr ein schwuler Mann auf den Leib geschneidert hat, rumlief, äh, sich nicht zu blöd ist, mit solchen Leuten zu koalieren, ähm, das ist mir ehrlich gesagt alles so ein bisschen, erstens ist es mir unverständlich, zweitens ist es mir extrem widerlich, ähm, aber, äh, das ist das, was politisch gerade passiert, auch in Deutschland und das finde ich sehr schwierig und ich glaube, ähm, sich mit diesem Anspruch hinzustellen und zu sagen, ich muss dir mein Leben nicht erklären. Wenn dich mein Leben interessiert, darfst du mir gerne Fragen stellen, die werde ich dir dann beantworten, aber ansonsten beanspruche ich übrigens nichts weiter, als unbelästigt vor mich hin leben zu dürfen. Ähm. Ja, als Minderheit wird halt schwierig, ne, die Minderheit ist per se, das sagt ja schon das Wort, eben nicht die Mehrheit und daher immer das Opfer der Mehrheit. Ja, aber das bedeutet ja, dass die Mehrheit der Maßstab ist und das sehe ich halt nicht so. Nee, klar, aus unserem eigenen, aus unserem Minderheitenblickwinkel hast du alles, was du gesagt hast, ist richtig, aber es ist natürlich unrealistisch zu glauben, dass sich das jemals ändert, solange die Mehrheit nicht, ähm, wir sind. Ja, aber ich glaube, also das, was ich, das, was ich so faszinierend finde an den politischen Ereignissen der letzten Jahre, ist ja, dass ich glaube, und das sagen ja auch alle Umfragen, dass die Mehrheit auf unserer Seite ist, dass die Mehrheit für die Öffnung der Ehe war, dass die Mehrheit dafür ist, dass alle Formen von Geschlecht unbelästigt vor sich hin leben dürfen und dass Leute machen dürfen, was sie wollen, weil wenn man die Leute mal konkret fragt, sind sie jetzt für Freiheit oder nicht, sind die meisten Leute für Freiheit und haben die meisten Leute auch nichts dagegen, wenn dabei Leute, die ganz anders leben wollen, als sie halt diesen Lebensentwurf haben. Guck, und da stimme ich dir gar nicht zu, weil ich bin der Meinung, dass bei allen Umfragen die Leute immer so antworten, damit sie sich nicht schämen müssen und dass in Wirklichkeit diese ganzen Ressentiments direkt unter der Oberfläche immer da sind, immer und dass sie sich nur nicht trauen, das zu sagen. Ja, meine Erfahrung ist ein bisschen eine andere, also irgendwie, ich komme ja aus einem Dorf genau wie du und die Leute in meinem Heimatdorf sind immer noch nicht so, dass ich da gerne leben möchte, aber natürlich gibt es massenweise Leute, die mich lieb haben und die überhaupt nichts dagegen haben, dass ich lebe, wie ich lebe. Trotzdem ist es so, dass ich in diesen extrem heteronormativen und cisnormativen Strukturen, so wie ich jetzt bin, einfach nicht mehr lebensfähig bin. Ich halte das nicht mehr aus, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich werde dann entweder aggressiv und damit auch unverständlich für andere Menschen oder bin so genervt, dass ich die ganze Zeit nur weg will. Und dieses, dass ich so genervt war, dass ich die ganze Zeit nur weg wollte, war halt der Grund, dass ich mit unter 20 da weg bin. Und daran, und jetzt bin ich 50 und daran hat sich bislang noch nichts geändert. Für mich auch nicht. Für mich auch nicht. Seit 20 Jahren kriege ich von meiner Mutter zu hören, oh, wir haben jetzt irgendeine Lesbe, die jetzt Bürgermeisterin ist oder irgend sowas. Das ist jetzt das ganz tolle Ding seit 20 Jahren. Das ist so das Feigenblatt. Aber ansonsten hat sich da überhaupt nichts geändert. Seit meiner Jugend sind das da einfach so beschränkte Menschen, die auf einen rumkloppen, sobald man anders ist. Und das ist eben Mehrheit, Minderheit. Das ist ja auch das, deswegen ist es so leicht zu instrumentalisieren, dass man eben die großen Probleme, die kriegt die Politik auch nicht gelöst. Das sind sie sich auch im Klaren. Klimawandel kriegen sie nicht mehr hin. Und dann müssen sie ablenken. Und dann wird irgendeine Gruppe genommen, die sich nicht gut wehren kann. Das muss eine Minderheit sein. Das kann nicht die Mehrheit sein. Und auf diese Minderheit werden dann diese ganzen Aufmerksamkeitsströme gelenkt. Und so passiert das. In Uganda ist es das beste Beispiel. Die kriegen die Bevölkerung nicht ernährt, weil sie das Geld abzwacken. Und davon abzulenken, suchen sie sich eine Opfergruppe, die von allen im Konsens sozusagen als Opfer gesehen werden kann, ohne Probleme. Und denen hängen sie jetzt Sachen an und die werden dann eben geopfert. In Amerika ist es dasselbe. Genau so, in Amerika auch. Wir müssen uns mit den Waffengesetzen, müssten wir uns auseinandersetzen, weil das mittlerweile der höchste, der Hauptgrund der Kindersterblichkeit in Amerika seit 2020 sind Waffenunfälle oder Attentate. Und damit müssten wir uns eigentlich beschaffen. Das können wir aber nicht machen, weil wir die Taschen voller mit dem Lobbyistengeld. Deswegen Abtreibung und Drag Queens. Das ist halt so durchschaubar. Genau, Augenwischerei. Aber ich glaube genau wie du, dass es direkt unter der Oberfläche schlummernde Ressentiments sind, die jederzeit wieder reaktivierbar sind, indem man eben in den Medien was streut oder irgendwelche Dinge heraufbeschwört und es ist reaktivierbar und es funktioniert immer. Funktioniert immer. Und deswegen bewundere ich ja die Aktivisten, also die queeren Aktivisten, die dagegen angehen oder diese Jungs und Mädels, die sich auf der Autobahn festkleben, ich finde das ja super, dass die den Drive haben. Aber ich habe den schon längst, also noch nie gehabt und immer geglaubt. Noch nie gehabt und längst verloren. Ja genau, noch nie gehabt und längst verloren, ja genau. Weil ich nicht glaube, dass sowas auf lange Sicht denn was bringt, weil die Ströme können so leicht manipuliert werden, die Meinungsströme. Also ich glaube, dass ich… Wir haben ein schönes Bild von Menschen an sich, finde ich. Ja, Abdu, das ist die Realität einer Minderheit, die nach außen guckt. Das muss ein defizitärer Blick sein. Ich bin ja ein hoffnungsfroherer Mensch als Tatjana, auch wenn das am Anfang der Folge vielleicht anders wirkte. Ich glaube ja, dass die politischen Fortschritte der letzten 30 Jahre, und es gab ja welche, es gab in den letzten 10 Jahren auch jede Menge Rückschritte, nicht in Deutschland, aber an vielen anderen Orten auf der Welt, aber dass die Anzahl der Länder, in denen Schwule, Lesben und Bisexuelle Personen des gleichen Geschlechts heiraten können, in denen die Adoption für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt ist und so weiter und so fort, das sind ja keine kleinen Einländer und das sind ja keine kulturell einflusslosen Länder und so, weil wir ja im Kapitalismus leben, erst mal, das ist auch nicht so, wenn sich große Firmen mit viel wirtschaftlicher und damit auch politischer macht, hinter unsere Sache stellen, dann ist das nicht unwichtig. Wenn IBM in Afrika, zum Beispiel auch in Uganda, queeren Gruppenräume zur Verfügung stellt, damit sie ihre Treffen dort abhalten können, weil sie wissen, dass sie wirtschaftlich so mächtig sind, dass die Regierung ihnen nichts kann und sie das einfach machen, dann ist das Fortschritt in meinen Augen. Natürlich ist das, was in, die Perspektive ist manchmal auch so ein bisschen verschoben, weil natürlich gucken wir immer auf Russland und sagen, uh, 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 Russland. Russland ist wirtschaftlich so groß wie Italien, also verglichen mit Wirtschaftsmächten wie den USA oder selbst Kalifornien alleine oder irgendwie sowas nicht besonders groß. Die kalifornische Wirtschaft, dieses einen Bundesstaat, das ist größer als die von Gesamt-Russland. Und dadurch, dass die, das ist so, äh, Kalifornien ist die achtgrößte Volkswirtschaft der Erde, ähm, und, ähm, Russland ist dahinter. Ähm, und so, das heißt, es findet eine Entwicklung statt. Natürlich bin ich jetzt auch so ein bisschen müde, aber ich bin jetzt auch seit 35 Jahren im, äh, queerpolitischen Geschäft unterwegs und manchmal gehen mir Sachen nicht schnell genug. Aber wenn man sich mal anguckt, was ich in den letzten 10 oder 15 Jahren beim Thema, beim Thema Trans getan hat in Deutschland, dann sind wir wirklich auf einem, damit müssen nicht alle einverstanden sein. Das waren sie übrigens auch noch nicht. Nein. Paul, die Erfolge sind da. Das ist ja ganz klar. Gesellschaftlicher Wandel ging zu den Gunsten der, äh, der queeren Minderheit. Logisch. Was ich meine und was vielleicht auch Barbie meinte, ist, dass die, das kann so schnell wieder genommen werden. Da kannst du gar nicht gucken so schnell. Das sehen wir ja gerade. Und wir sehen, wie wir eben Gesetze gerade wieder zurücknehmen. Und wir sehen, dass die Allies auch erstaunlich stumm sind, wenn es dann hart auf hart kommen müsste und sie Seite an Seite stehen müssten mit uns. Also das ist halt immer. Wir sind sehr handelbar geworden. Wir sind, ne, wir verlassen uns auf Onlineaktivismus. Der ja an sich, also hi, ich war die mit dem Russland-Video. Ich verstehe schon die Kraft davon und ich verstehe, dass das Sinn machen kann, um Impulse zu geben oder um Leute aufzuklären. Da ist ja heute TikTok auch wirklich TikTok ganz vorne mit dran. Aber, ähm, Stonewall hätte halt mit TikTok nicht funktioniert. Also, so schön es ist, dass man die Leute aufklären können und sie abholen kann. Ähm, man muss ja trotzdem, die Revolution muss ja trotzdem irgendwo stattfinden, äh, außerhalb des digitalen Raums. Ähm, und da müssen halt auch Leute mit uns stehen und nicht wir alleine. Das wird höchstwahrscheinlich wieder passieren, wenn es wirklich wieder jetzt an die Grundrechte geht, die einem weggenommen werden. So weit sind wir ja noch nicht. Aber das Geschichte in Wechseln, doch. Geschichte geht in Wechseln, das geht hoch und runter und, äh, der Rückschritt kommt. Aber vielleicht haben wir uns vorher schon selber ausgelöscht durch den Klimawandel. Insofern alles wunderbar. Die nächste Generation. Eine hoffnungsvolle Folge. So, und möchtest du, möchtest du, möchtest du vielleicht mit einem weiteren, möchtest du vielleicht mit einem weiteren Ende der Welt weitermachen? Du, Cher wird überleben und ein paar Mikroben und die machen das schon. Da haben wir eine wundervolle Überleitung zu meinem Film, weil Brandon Tina, das ist der Transmann, von dem ich heute erzähle, der wird zitiert in der Doku, äh, The Brandon Tina Story, ähm, damit, dass er gesagt hat, Cher wäre für ihn die ideale Frau. Das war seine, seine Vorstellung davon, wie er eine wunderschöne Frau auszusehen hat. Ja. Er war ein großer, um mit Paul zu sprechen, Cher-Fan. Ja. Cher. 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 Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, so, wir werden ernster wieder. Ähm, wir sprechen von Brandon Tina, war ein, wie schon gesagt, Transmann, ähm, geboren am 12. Dezember 1972 in Lincoln, Nebraska, also, ne, trister mittlerer Westin, ähm, ermordet worden am 31.12.93 in Humboldt, Nebraska, nicht weit davon entfernt. Ähm, ist ein Leben gewesen, das schon, ja, mit relativ miesen Vorzeichen gestartet hat und das schlimmstmögliche Ende genommen hat tatsächlich. Ähm, wenn man sich die Doku anschaut, es gibt natürlich auch den Boys Don't Cry für Matillery Swank, ähm, aber wenn man sich die Doku anschaut, dann wird man Zeuge einer Geschichte, die, ne, so eine verzweifelte Suche nach einem Platz irgendwo am Tisch, keinem guten Platz, der wollte irgendwie keinen guten Platz, der wollte nur irgendwo leben, wo er mit sich und seiner Identität, ähm, halbwegs sicher war, wo er irgendwie so sein konnte, wie er eben war. Er wollte unbelästigt vor sich hin leben. Genau. Wie Paul. Authentisch. Ähm, und es hätte tatsächlich, es hätte ja niemand Schaden genommen, hätte man ihn einfach machen lassen, er hat niemandem was getan, außer dass er ein paar, äh, Schecks gefälscht hat und ab und zu mal eine Kreditkarte geklaut hat, um seinen Freundinnen, ähm, kleine Geschenke machen zu können, so, ne, das war sein ganzes, seine ganze kriminelle Energie. Ähm, die Mutter, Joanne, Tina, war, ähm, verwitwet, der Vater ist, äh, noch vor Bernons Geburt, äh, beim Unfall ums Leben gekommen, war also alleinerziehend, ähm, und wenn man den Zeugen, die da im Film zu Wort kommen, der Doku zu Wort kommen, glauben kann, ähm, hat sie ihm auch ein, ein halbwegs stabiles Leben bescheren können, ähm, hat relativ früh in der Schule schon gemerkt, dass er eben trans ist, er hatte dafür aber noch keine Begriffe, er hat, ähm, ähm, selbst in der, in den Audio-Mitschnitten von, ähm, seinem, seinem Polizei-Interview, ähm, sagt er noch, er habe eine, äh, Sexual-Identity-Crisis, so hat er das genannt, besser wusste er es nicht, er hatte auch einfach keinen Zugang zu irgendwelchen Medien oder zu klugen Büchern oder Leuten, die ihm das besser erklärt hätten, die es damals aber auch nicht gab, die es heute in manchen Landstrichen auch nicht gibt, also in Bumfuck, Nebraska wahrscheinlich, still, not a good place to be trans, so, ähm, er hat dann in der Highschool zumindest mit der sozusagen äußeren Transition angefangen, also er hat angefangen, ähm, auch unapologetically Männerklamotten zu tragen und hat sich erst Billy genannt und dann eben Brandon, ähm, hat Mädchen gedatet, die, einige davon wussten das, ähm, dass er früher einen anderen Namen getragen hat, ähm, viele wussten es nicht und er hat das auch erstmal nicht aufgeklärt, ähm, hat sich oft in Lügengeschichten verstrickt, weil er halt versucht hat, diese neue Identität irgendwie, ähm, aufrecht zu erhalten und, äh, sich eben nicht hinter die Fassade gucken zu lassen und sich nicht, ähm, zu outen da, weil, ähm, ne, natürlich hat er versucht, das so durchzuziehen. Äh, das hat nicht funktioniert, ich habe schon gesagt, er hat, äh, relativ häufig so kleinen kriminelle Geschichten irgendwie, ähm, am Laufen gehabt, weil er halt eben versucht hat, den Mädels Geschenke zu machen. Was total süß ist in der Doku ist, dass die ersten zehn Minuten, glaube ich, nur damit zugebracht werden, dass Ex-Freundinnen von ihm sagen, dass er quasi der beste Freund ist, ähm, den sie je hatten. Also er hat sie, er hat, sie hat, sagen sie alle, äh, dass er sie mit Geschenken überhäuft hat, dass er der beste Küsser war, dass er wahnsinnig gut aussehend war und charming und eigentlich immer wusste, wie man, wie sie behandelt werden wollten und das fand ich total schön, dass sie irgendwie seinem, seiner Männlichkeit ganz am Anfang so ein schönes, kleines, ähm, Denkmal gesetzt haben in dieser Doku. Ähm, der Film ist von, ähm, Susan Musker und Greta Olofsdottir, ähm, ist aus dem Jahre 98 und die haben tatsächlich fünf Jahre mit Recherche zugebracht, ähm, haben, auch als dann später die Trials waren, der beiden Männer, die ihn, äh, umgebracht haben, ähm, sind sie in dieses, in Frost City, in das, in den Ort Nähe Humboldt, wo er zuletzt gewohnt hat, gezogen und haben also sich wirklich alles angeschaut, die waren sehr, sehr nah am Thema dran. Also es ist eine Doku, die sich lohnt, auch wenn sie schwer zu ertragen ist, aber nicht so schwer wie der Film tatsächlich, finde ich, weil man kann, man sieht halt die schlimmsten Szenen natürlich nicht, weil, ja, ist halt eine Doku. Ähm, er haut mit 20, verlässt der Linke in Nebraska, ähm, auch weil er einfach Ärger mit seiner Mutter hatte. Er wollte eben, also er, ne, ihm wurde klar, er ist ein Mann und er will so leben und seine Mutter wollte das eben nicht zulassen. Die, und sie und seine zwei Schwestern misgendern ihn auch noch in der Doku, oder seine eine Schwester, seine eine Schwester misgendern ihn noch in der Doku nach seinem Tod immer noch. Also man hatte sich darauf eingeschlossen, das ist eine lesbische Frau, die einfach, äh, einen Dachschaden hat und, ähm, daran haben sie festgehalten, auch, ne, so bis, ja, bis über den Tod hinaus. Ähm, und er schlägt sich dann durch mit Gelegenheitsjobs, ähm, und landet dann irgendwie mehr oder weniger auch wohnungslos, also ja, wohnungslos, äh, landet er in, in, äh, Falls City in Nebraska. Ähm, und das wird, wenn man, wenn der Ort beschrieben wird von Leuten, die da gewohnt haben, ähm, wird es einem schon ein bisschen mulmig ums Herz, weil man sich vorstellen kann, dass es da eben kein Platz ist für einen jungen Transmann. Ähm, die sagen, wir sind hier weiß, wir sind, äh, konservativ, es ist rough, die Leute gehen zur Arbeit. Christlich, genau, es gibt ein oder zwei schwarze Familien hier im Ort, aber die bleiben unter sich. Homosexuelle gibt es hier nicht. Ähm, wir haben hier keine Probleme mit sowas. Also man kann sich schon vorstellen, es ist wahnsinnig trostlos. Ähm, ganz viele Menschen leben von Welfare, ähm, viele, ne, also kommen aus ärmlichen Verhältnissen und bleiben da auch kleben, weil viele auch schon früh mit sehr viel Gewalt zu tun haben, mit, ähm, traumatisierenden Geschichten, aber auch, äh, kriminell sind, werden müssen vielleicht im Knast landen. Also ja, man kommt da nicht raus, wenn man da einmal gelandet ist. So ist ein bisschen der, das Credo. So fühlt sich's an. Ähm, er will da aber bleiben, weil er kennt da niemanden und er kann da, denkt er mit seiner, mit seiner, mit, ne, als Brandon kann er eben da quasi ein neues Leben anfangen, äh, die, seine Vergangenheit wird ihn nicht einholen kann. Er weiß davon, dass er trans ist, ähm, und er findet da einen neuen Freundeskreis, denkt er unter anderem, ähm, ist da auch, also einer von seinen neun Freunden ist John Lotter und Tom Neeson, das sind die beiden, die ihn dann später umbringen. Und er trifft da auch Lana Tisdell, das ist, äh, die Ex-Freundin von John Lotter, ähm, und die fängt er an zu daten. Die beiden verknallen sich ein bisschen ineinander. Und er wird dann am 15.12.93 inhaftiert, wegen Scheck-Betrugs, kommt in den Knast und, ähm, ähm, dort, also Lana will ihn quasi da rausholen und, äh, versucht einen Check zu fälschen oder fälschen Check, muss noch einen Freund dazu holen, weil sie es allein nicht kann, weil sie noch minderjährig ist, ähm, und die schaffen es, ihn da aus dem Knast zu holen, aber, äh, der Hilfs-Sheriff lässt es sich nicht nehmen, ähm, der, dem Mädchen oder den beiden Mädels, die da sind, ähm, zu erklären, dass Brandon einen weiblichen Geschlechtsmarker im Ausweis hat, ähm, darf er den natürlich eigentlich nicht sagen, aber hey, wir sind in Nebraska, da macht man das. Und, ähm, das ist aber nicht das einzige Mal, dass das erwähnt wird, das wird auch in dem, in dem lokalen Newspaper wird, äh, darüber geschrieben, über diese Festnahme und dass eben quasi Brandon Tina, ähm, auf den Namen Tina Brandon hören würde und dass, äh, ne, dass es hier um jemanden ginge, der eben vorgibt, jemand anderes zu sein. So, so wird, so wird das in der Presse geschrieben und dadurch kriegen das eben auch diese beiden Jungs mit, mit denen er sich vorher angefreundet hat, freundet hatte, die sind beide auch vorbestrafte Kriminelle, ähm, auch Opfer ihrer Lebensumstände, gar keine Frage. Ich musste jetzt, als Paul, du über deinen Film gesprochen hast, musste ich ein bisschen an die beiden denken, weil auch bei den beiden wird so ein bisschen klar, ohne dass das irgendwas entschuldet, was sie dann getan haben, aber es wird so ein bisschen klar, wie es dazu gekommen ist und das ist natürlich neben der Armut sind das auch patriarchale Strukturen, ähm, und die Idee von Männlichkeit, die einfach, ähm, extrem krank ist und schlimm ist. Ähm, die beiden sind, also, genau, und das erinnert mich tatsächlich, wenn man, wenn man die Leute in den Interviews sieht und die beiden auch sieht und ein bisschen nochmal diesen Ort beschrieben bekommt, es erinnert mich ein bisschen an Gammo, ich habe über Gammo ja auch schon an anderer Stelle hier erzählt, ähm, und das sind, ne, das sind sehr die Lebensumstände, von denen wir da reden. Also, es ist einfach entsetzlich trostlos und, ja. Äh, die Trostlosigkeit des amerikanischen Mittelwestens an bestimmten Stellen, ähm, also, man stelle sich einfach vor, die trostloseste Ecke von Brandenburg, die ihr finden könnt und das Ganze dann mal sehen. In Hochpotenz. Ja, tatsächlich. Also, Bielefeld. Ein Vorort von Bielefeld. Oh, Mann. Ähm, 25, also, das ist, aus dem Knast geholt haben sie ihn am 22.12., am 25.12. dann, ähm, ne, Moment, wo bin ich? Ich bin verrutscht. Doch, stimmt so. Ähm, er kommt am 25, äh, am 22.12. kriegen sie ihn raus und er zieht dann in das Haus von Tom Nissen, ähm, also einer von den, bei den Jungs, die ihn später auch umbringen, ähm, ähm, weil er halt nichts anderes hat, ne, und da kann er halt irgendwie hin und, ähm, am 25.12. gibt's dann da eine Art, I don't know, Weihnachtsparty oder 24.12., 24.12., so eine Art Weihnachtsparty, ähm, die sind alle zusammen, die trinken da und, ähm, die beiden Jungs haben sich's in den Kopf gesetzt, äh, Lana, die selber sagt, sie hatte da schon die Beziehung zu Brandon beendet, aber sie wollen ihr unbedingt zeigen, was Brandon für Geschlechtsteile hat, weil sie glauben, dann wird sie sich von ihm abwenden, dann wird sie's sehen, weil sie ihm immer noch freundlich zugetan ist, dann wird sie endlich sehen, ähm, dass das der falsche Mann für sie ist und vielleicht auch zu John Lutter zurückkehren, ich nehme an, das war auch Motivation davon, aber who knows. Ähm, und als Brandon das verweigert, zwingen sie, wollen sie ihn körperlich dazu zwingen, Lana sagt dann, pass auf, ich geh mit ihm ins Zimmer, ähm, und dann machen wir das und dann komm ich wieder raus, ne, er soll das hier nicht vor allen Leuten machen müssen und sie geht mit ihm in ein Zimmer, und er will die Hose runterziehen, schafft's aber dann auch nicht, weil er sich so schämt und dann sagt sie, du, ist alles gut, ich geh da raus und sag denen, was ich gesehen hab, ich sag denen, du bist ein Mann und dann sollen sie dich in Ruhe lassen, dann ist der Käse gegessen, alles gut. In dem Moment platzen aber die Jungs ins Zimmer rein und, ähm, machen das gewaltvoll, also einer wirkt ihn, der andere reißt ihm die Hose runter und Lana will zwar nicht hingucken, hält sich die Hände vor's Gesicht nach eigener Aussage, aber, ähm, nachdem sie dann brüllen und brüllen und brüllen, dann schaut sie dann doch hin, sie sagt später in Interviews nach seinem Tod, dass sie, ähm, dass sie dann gegangen ist, weil ihre Mutter hat gesagt, sie soll nach Hause kommen und, ähm, Brandon hat auch gesagt, er fühlt sich da sicher, ist alles okay, sie soll ruhig gehen, sie soll nur nachher wiederkommen. Ähm, Fakt ist, sie geht, sie fährt nach Hause und die beiden Jungs prügeln Brandon dann erst auf den Boden, treten dann wiederholt auf ihn ein, schleppen ihn an seiner Jacke hinaus ins Auto, fahren irgendwo, woanders hin, noch weiter in die Pampa, vergewaltigen ihn da beide auf dem Rücksitz, prügeln weiter auf ihn ein, schleppen ihn zurück und sagen, wir sind aber immer noch Freunde, ne? Und er so, ja, klar. Und, ähm, wenn du das irgendjemandem sagst, bringen wir dich um, ist auch klar. Brandon taucht dann völlig verstört, ohne Schuhe, ohne Hose, blutig geschlagen bei Lana auf und ihre Mutter, die kommt in diesem, in dieser Doku auch zu Wort, die ist für mich eine der schlimmsten Menschen in diesem ganzen Ding, weil die ihre, also blatant, transfeindliche Hasspalette versucht, Hintersorge für ihre Tochter zu verstecken und ist einfach nicht so, ne? Das ist eine ganz schlimme Person, die warnt später auch die Täter, sie soll, sollen ihre Spuren, äh, beseitigen, ähm, und, ne? Sie ist aber nicht helle genug, dass sie merkt, dass sie sich vor der Kamera die ganze Zeit selber verrät, während sie da spricht und man schaut ihr zu und denkt sich, meine Güte, bist du ekelhaft. Ja, die Frau, ähm, hört sich das dann an und Brandon erzählt eben seine Geschichte, was ihm passiert ist gerade, nachdem er sich ein bisschen beruhigt hat und, ähm, dann, selbst diese Frau muss dann irgendwie sagen, ja, okay, äh, das, also egal, was du bist, aber selbst du hast das nicht verdient, dass dir sowas passiert, äh, insofern, da muss man jetzt ja vielleicht doch mal was sagen, sie geht dann trotzdem und warnt die Täter nach der Aussage, aber, ähm, Brandon geht ins Polizeibüro und erstattet Anzeige gegen die beiden und sagt, dass sie ihn erst geschlagen und dann vergewaltigt haben und weil diese beiden Journalistinnen, die diese Doku gemacht haben, wirklich tolle Arbeit geleistet haben, haben die die Audioaufnahmen gesichert, wie dieser Sheriff, äh, Lou, heißt der, glaube ich, Lou, Faux, Faux, er heißt Faux, F-A-U-X, ähm, der interviewt ihn und das ist, also, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, was oft passiert, wenn Menschenvergewaltigungen bei der Polizei anzeigen, dann weiß man, dass diese Interviews oft schlimm und eklig sind, das ist aber wirklich an Widerlichkeit nicht zu überbieten, es ist so verstörend, wie dieser Sheriff, den das offensichtlich ein bisschen geil macht, sich das vorzustellen, wie der Brandon erniedrigt in diesem Interview und immer wieder sagt, Moment, aber die haben, also die haben dir die Hose runtergezogen und haben gesehen, dass du da unten eine Vagina hast und dann haben die nicht ein bisschen an dir rumgespielt, komm schon, erzähl mir doch mal und so, der hat doch mindestens eine Hand oder einen Finger und so, erzähl. So, also es ist dieser Ton die ganze Zeit und es ist wirklich, also ich kriege jetzt Tränen, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist wirklich, also es schnürt einem den Hals zu, dass ein Mensch, der das alles ertragen hat, noch weiter erniedrigt worden ist dabei und dann, also das besteht, dieses Interview besteht, man kann das in diesem Film hören, man kann, ich habe ein Interview gefunden, wo noch mehr, also mehr Abschrift davon zu finden ist, packe ich in die Shownotes und dann geht der Chief of Police, der Chief of Police fährt, also Brandon muss dann ins Krankenhaus, Chief of Police fährt dahin mit einem Rape Kit, das Rape Kit wird angewendet, man schaut nach Beweisen für diese Vergewaltigung, die werden gefunden und trotzdem werden keine Verhaftungen gemacht, weil man sagt, man will das erstmal weiter untersuchen, man hat aber auch keine Eile, so das war am 25, 24, 25, am 28. erst werden die beiden, Brandon hat natürlich Angst um sein Leben, am 28. erst werden die beiden vorgeladen und werden interviewt und der, dem Sheriff Foe unterstellte Hilfsscheriff sagt nach diesen Interviews, ja, wir wussten, die sind schuldig, so und dann fragt die Interviewerin, aber warum haben sie keinen Arrest gemacht? Ja, wollte ich. Dann sagt sie, warum haben sie es nicht? Sheriff Foe hat gesagt, wir sollen das dem Playbook entsprechend machen, standardmäßig abhandeln und dann gab es ja noch ein paar Tage Zeit. So, in dieser Zeit haben die beiden ihren Mord geplant, weil sie sagten, wir müssen diesen Mann, den wir vergewaltigt haben, davor, daran hindern, mit dieser Aussage weiter, uns weiter zu belasten, weil dann müssen wir zurück in den Knast und diesmal kommen wir nicht so schnell raus, also müssen wir den beseitigen und fahren also mit Waffen behängt, mit einer Axt, die sie vorher gekauft haben, um ihm den Kopf und die Hände abzutrennen, fahren sie zu dem Haus, wo sie wissen, dass er untergekommen ist, da ist er, da ist Philipp de Wien, der Freund von einer Schwester, von der Frau, die dieses Haus gehört, die heißt, glaube ich, Laura, muss ich kurz nochmal, ich bin hier durcheinander, aber ja, ich glaube, sie heißt Laura, Lisa heißt die, Lisa Lambert heißt die Frau, die und Philipp und Brandon werden erschossen, aus nächster Nähe, Lisas neun Monate alter Sohn sitzt dabei, den setzen die Killer in eine Krippe und lassen ihn leben und hauen dann wieder ab. So, das hätte alles verhindert werden können, hätte die Polizei ihren Job anständig gemacht, das hätte natürlich sowieso nicht so weit kommen müssen, aber ja, hätten die Bollen ihren Job gemacht, wäre das nicht passiert. Das Ganze ist dann 1995, also die Leute sind dann sofort verhaftet worden natürlich, wegen Vergewaltigung zuerst, 1995 kamen dann die Trials, die Anklage war sich sicher, dass Otter der größere Fisch sei, aber gegen den hatten sie nicht so richtig was in der Hand, da hatten sie nicht so richtig viele Beweise, Niesen war der, der alles gestanden hatte, schon von Anfang an. Dem haben sie dann Deal angeboten, wenn er Otter belastet, was er getan hat, so, um der Todesstrafe zu entgehen, hat er den anderen eben belastet, hat seine ganze Zeugenaussage revidiert, hat gesagt, das habe ich für alles erfunden, ich habe die nicht vergewaltigt, ich habe ihn nicht vergewaltigt, er misgendert ihn immer. Er sagt, ich habe auch niemanden umgebracht, das hatte ich mir alles ausgedacht, das war alles der andere, damit ist er dann der Todesstrafe entgangen, er hat dann, ich glaube, dreimal lebenslänglich gekommen, Otter ist tatsächlich mit Todesstrafe in die Todeszelle, so, 2007 hat Niesen dann seine Aussage widerrufen, hat gesagt, nee, stimmt doch alles nicht, ich war alles, nimmt die Schuld wieder komplett auf sich, 2015 hat aber Nebraska ohnehin die Todesstrafe abgeschafft, das heißt, die beiden sitzen bis heute im Knast und ja, das ist die Geschichte, ich habe Boys Don't Cry nicht nochmal geschaut, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht schaffe, also es geht mir immer noch wahnsinnig nahe, überhaupt darüber zu reden und das alles sehen zu müssen und ich habe das letzte Mal, wir wollten den ja schon mal machen und ich habe schon mal versucht und da war auch schon, ich habe mich da reingequält, aber habe nach, ich glaube, 20 Minuten aufgehört oder so, weil einfach alles in mir dagegen rebelliert, mir das nochmal anzuschauen, weil es wirklich so schlimm ist, dem nochmal beiwohnen zu müssen und I just can't. Die Doku ist toll, weil die eben auch die Leute bloßstellt, die nicht verurteilt worden sind, die nicht offiziell als Täter gelten, nämlich diese Mutter, dieser Sheriff, dieses Police Department, das einfach geschlampt hat, die Leute, die Brandon bis heute misgendert, all diese Menschen werden eben einfach so gezeigt, ohne dass das eine Dramaturgisierung braucht, nein, Dramaturgisierung, auch gut, dass es eine Dramatisierung braucht. insofern lohnt sich das, ist toll zu gucken, wenn auch anstrengend, ich packe es in die Shownotes, man kann es bei YouTube gucken, ohne Geld zu bezahlen, aber ja, harter Tobak. Ja, also mit anderen Worten, das ist mal das Herbstprogramm für diejenigen, die glauben, es geht ihnen schlecht, dann gucken Sie bitte etwas, was zeigt, dass es anderen noch schlechter ging. Ja, wow. Kurze Diskussion, also ich finde es ja, finde es wie gesagt wunderbar und bemerkenswert, welche Fortschritte es gegeben hat, zumindest in einigen westlichen Ländern und ein paar Entwicklungsländern beim Dramatrans, hat sich wirklich was geändert. Inwiefern? Naja, würden, haben die Brandon Tieners auf dem flachen Land heute eine leichtere Zeit als vor 30 Jahren? Ich glaube nicht, dass sie eine leichtere Zeit haben, ich glaube Brandon hätte wesentlich früher mit dem Smartphone in der Hand erkennen können, was er ist und dass er keine Identity Crisis hat und er hätte wesentlich früher verstehen können, und dass er kein einzelner Freak ist, sondern dass er eben, dass es Leute da draußen gibt, denen es so geht wie ihm, dass es da für ein Wort gibt, dass das nicht therapiert werden muss, er hätte vielleicht seiner Mutter auch andere Sachen an die Hand geben können, um mit ihm anders umzugehen und er hätte vielleicht auch andere Kontakte knüpfen können, hätte da vielleicht schneller rausgefunden. Wäre das Ganze heute, könnte das Ganze heute noch so passieren? Auf jeden Fall. Also es passieren heute ja auch noch solche Dinge, aber ich glaube, es hätte die Möglichkeit der Information und die Möglichkeit Anschluss zu finden, hätte das alles anders gemacht für ihn, das glaube ich schon. Ist das, was im Moment an gesellschaftlichem Fortschritt passiert, ist das, was an Kommunikation passiert, zum Thema Homo- und Bisexualität und Trans, ist das der richtige Weg? Kann man da was besser machen? Sollte man da was anders machen? Das erreicht halt nicht die Wurzel des Übels und wenn die Wurzel des Übels toxische Männlichkeit ist, dann sind das doch diejenigen, die sich auf solche News überhaupt nicht, gar nicht davon berührt werden. Weißt du, dieser gesellschaftliche Wandel, von dem wir sprechen, und das meinte ich vorhin schon mal, das sind wir hier in so einer Blase, dass wir das erleben und dass wir das auch in den Medien aktiv verfolgen, aber man muss nicht weit gucken und findet sofort irgendwelche unbedarften Menschen, die davon überhaupt keine Ahnung haben und die das noch nie gehört haben und die sich damit in ihrem Leben überhaupt nicht beschäftigen. Und je mehr du in diesen Bereich toxische Männlichkeit gehst oder in diesen Bereich männliche Ehre, da liest doch keiner Queer.de oder Siegessäule oder was auch immer, also die kriegen das überhaupt nicht mit, weil die in ihrer eigenen Blase leben. Queer.de und die Siegessäule sind vielleicht auch nicht die einzigen. Nein, du weißt aber, was ich meine. Irgendwelche Newsportale, Zeitschriften, Radio, Podcast, was auch immer, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Schon richtig. Aber es sitzen zwei Transfrauen im Bundestag. Also Nike und so. Ja, aber das wissen doch auch nur wir. Da muss ich doch nur alleine mal in meinem erweiterten Die AfD will das noch auch. Ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau, ob Frau. Bin ich so sicher. Du frag mal, frag mal draußen hundert Leute, wie heißt unsere Außenministerin? Das wissen vielleicht zehn. Ursula von der Leyen. Ja, das ist so. Ich weiß es nicht. Das ist so. Warst du Frau Baerbock den Namen noch nie gehört? Ach so, doch. Ich wusste nicht, dass die Außenministerin ist. So, siehst du? Wir müssen nicht weit gucken. Wir müssen nicht weit gucken. Und so ist es halt. Das ist halt die traurige Realität. Und deswegen ist es, glaube ich, wenn man an die Wurzel des Übels will, an diese toxische Männlichkeit und das ist ja das Männerbild auf der ganzen Welt, was so gehypt wird, da muss man halt ganz anders gesellschaftlich rangehen, als wir das alle tun. Wir versuchen, kleine Feuer auszutreten, aber wir übersehen den großen Brand. Naja, es gibt ja nun, es gibt ja nun weniger Orte wie das schwule, wie schwule Instagram-Portale, in denen toxische Männlichkeit so gepflegt wird. Also alles, Ja, ich nehme uns auch nicht auf. Also alles, was wir zum, so viel, was da zum Thema Körperbilder reproduziert ist, was da reproduziert wird, wie sehen echte Männer aus, ja, und so weiter und so fort, ist ja genauso Teil von patriarchalen Strukturen und toxischer Männlichkeit wie vieles andere. so, und wenn wir dann, Aber wir bringen uns seltener um. Ja, ja, sagen wir mal, aber wenn wir wirklich sehr verständige, schwule Männer, die aber halt viermal die Woche in die Muckibude rennen, sagen, ja, aber, naja, sagen wir mal irgendwie, die keine Drag-Karriere nebenbei haben. Ähm, Karriere. Wow. Wow. Nee, das war aber jetzt los. Ja, das kann ich, guter Eres-Mobbing. Oder wie die Anker jetzt sagen, oh, schieß, 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 kackau. Ähm, so, ähm, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn mir diese Jungs, die irgendwie mit beiden Beinen irgendwie straff in der Szene stehen, äh, oder, äh, sagen irgendwie, ja, aber wenn ihr alle irgendwie viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen würdet, könntet ihr alle so aussehen. Und auf meine Frage, und auf meine Gegenfrage, warum sollten wir das tun? Äh, keine Antwort haben, weil das, was sie vor der Nase haben, wenn sie in den Spiegel gucken, halt die einzig mögliche Form von idealisierter Männlichkeit ist, die sie sich vorstellen können. Du öffnest gerade einen Nebenkriegsschauplanz, Paul. Ne, ich, was ich, was ich sagen will irgendwie, man kann ja toxische Männlichkeit, äh, kritisieren, aber man darf nicht so tun, als hätten wir, äh, als wären wir als Kierlinge davor gefahren. Nein, hat doch keiner gemacht. Absolut nicht, hat keiner gemacht. Nein. Da weisen mich auch oft drauf hin. Ähm, ne, ich finde, also, die Frage nach dem, was man dagegen tun kann, ist natürlich, ne, das ist eine eigene Folge nochmal, glaube ich. Ich glaube halt, es muss, man muss so früh wie möglich anfangen, Kindern zu vermitteln, dass es andere Glaubenssätze gibt, als die, die sie von zu Hause vermittelt bekommen oder von ihren, ihren blöden älteren Freunden. Also das, was, das, was mich Mercii werbungsmäßig immer anrührt und wo ich dann immer weinen muss, sind diese YouTube-Videos von irgendwelchen straffen, heterosexuellen, sehr beharten Vätern, die sich mit ihren kleinen Jungs dann beide verkleiden sich als Ariel und irgendwie haben viel Spaß beim Kinderfasching. Das, das irgendwie rührt mich dann immer zutiefst, wo ich denke, Progress, it's working. so, aber dann sieht man natürlich auch jede Menge andere Dinge. Aber ich denke immer irgendwie, wenn Leute damit in die Öffentlichkeit gehen, nämlich Sendungsbewusstsein entwickeln und zu sagen, wenn es, wenn es mein Bübchen betrifft, betrifft es vielleicht auch andere Bübchen, deswegen stelle ich das jetzt mal ins Internet, um anderen Männern zu zeigen, ihr müsst eure Söhne übrigens nicht zu Arschlöchern erziehen, es geht auch anders. das finde ich immer sehr hoffnungsfroh. Das ist wahr. Das sind aber, wie gesagt, das sind diese kleinen, schönen Erfolge, die uns überhaupt ja motivieren, weiterzuleben. Aber das große und ganze davon, schwierig da jetzt einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, wenn das nicht ganz groß gesellschaftlich angegangen wird. Und da sehe ich weder bei den Linken noch bei den Grünen nirgends. Es gibt immer nur diese Häppchen und der ganz große Schritt bleibt aus, aber diese kleinen Schritte, die geben uns ja sozusagen die Motivation, dass sich was tut. Und das ist ja auch gut. So, wir machen zu dritt. Wir können die Welt nicht erinnern. Wir machen zu dritt in der Berliner CSD Pride Month einen Schritt in diese Richtung. Machen wir das. Glaubst du, du kannst das jetzt schon ankündigen? Ja, ja, ich kann das jetzt schon. Ich bin sicher, dass es dazu kommen wird. Ja, ja, ich kann das jetzt schon ankündigen. Und zwar machen wir was, also ich bin nur auf der Hinterbühne tätig und organisatorisch und so, aber Tatjana und Barbie werden Leute, ich höre es auch das erste Mal jetzt, also hinhören. Hinhören. Wir werden Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Kindern im Rahmen des Pride Months Geschichten vorlesen, weil wir in einem Berliner Kino, in den Hackischen Höfen, weil wir gesagt haben, wir wollen mit der, wir wollen genau das machen, wovor alle immer Angst haben, nämlich irgendwie, wenn es jetzt verboten werden soll, dass Kinder auf Drag Queens treffen, wollen wir das möglich machen. Also, und wer da hinkommen will, findet noch weitere Hinweise auf diese Veranstaltung auf unseren jeweiligen Social Media Profilen oder auch auf der Webseite des Berliner CSDs. Oder in den Shownotes. Oder in den Shownotes. Wichtig ist, wer da hinkommen will, bringt bitte irgendjemanden unter 10 mit, weil für diese Menschen ist die Veranstaltung gedacht. Die Veranstaltung ist nicht dafür gedacht, dass wir uns damit berühmter machen oder die Fans dieses Podcasts da hinkommen, sondern die... Verächtliches Lächeln. Sondern so berühmt, wie du eben bist, Tatjana. Oder berühst du dich? Ich weiß es immer nicht genau. Nur dazu, dass ich berühmter werde. Mit diesem kleinen Veranstaltung... Muss ich mich kindgerecht anziehen oder kann ich so gehen wie immer? Du kannst so gehen wie immer. Ups. Die Kinder halten es aus. Okay. Also du musst dir nicht mehr Mühe geben als sonst. Aber ich sollte den Hülsinn anziehen. Ich kann nicht meine Sharon Stone-Nummer machen, meine berühmte. Nee, die ist an dieser Zeit. Okay, also... Und während Tatjana sich für Kinder erblößen möchte, schließen wir jetzt einfach mal diese Folge. Vielen Dank. Es war wieder schön mit euch. Meine Fresse. Einmal so eine Folge ehrenvoll beenden. Nein. So, das machen wir jetzt einfach. Tatjana hat schon wieder die Lappen auf dem Boden hängen. Das können wir ja alles rausschneiden. Nein, das wird schön drin. Mit diesem kleinen Veranstaltungshinweis beenden wir diese Folge jetzt. Ach, schön. Es war ein bisschen harter Tobak dieses Mal. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Und guckt euch diese Filme an. Beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen mehr happy. Naja. Das glaube ich auch nicht so ganz. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir sind gerade so antizyklisch. Bei gutem Wetter machen wir schwere Themen. Das ist doch gut. Gutes Wetter, schwere Themen. Es ist wie mit dem Essen. In diesem Sinne, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das tun. AntoOtodayoungpodcast at gmail.com. Das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast und bei Spotify folgt und uns 5 Sterne gebt und eine nette Kommentar hinterlasst, freuen wir uns wahnsinnig. Und ich möchte noch dazu sagen, wenn unser kleiner Podcaster versorgt, dass, wie ich gerade aus dem Mund eines Hörenden gehört habe, ihm in einer scheinbaren Krisensituation wirklich geholfen hat. Unser dummes Gehopse hier hat ihm irgendwie Spaß gemacht und hat ihn irgendwie aus einer tiefen Dunkelheit gezogen, wenn das tatsächlich bei manchen so ist, dann kann ich mich gar nicht genug dafür bedanken, dass ihr dazuhört und dass ihr es so empfindet, weil ich bin da sehr überrascht gewesen und sehr gerührt und fand das ganz toll. Genau. Und wir machen es für und wegen euch und auch beim nächsten Mal. Genau. Und wenn ihr Merchandise kaufen wollt, wir haben einen wunderbar eingerichteten Online-Shop mit ein paar neuen Features auch. Und den packen wir auch in die Shownotes. Und dann gibt es nicht nur Tour de Young March, gibt es auch anderen, auch nicht gebrannt, dann könnt ihr alles da kaufen. Ist schön. Auch ein Trans Rights are Human Rights Shirt. Genau. So. In diesem Sinne, Queer Rights are Human Rights, wir haben euch lieb auf Wiedergehört. Auf Wiedergehört. In diesem Sinne, Queer Rights.